Ihr seht es und könnt es vermutlich noch viel besser hören. Meine Dieselheizung startet und läuft absolut problemlos, autark versorgt über die Avery P210 Powerstation. Diese Powerstation weist ein paar Features und Funktionalitäten auf, die meines Erachtens wirklich bemerkenswert sind. Unter anderem diesen 12-Volt-Anschluss, der dauerhaft bis zu 25 Ampere, also 300 Watt, ausgeben kann und es damit problemlos ermöglicht, derartige Dieselheizungen durchzustarten. Denn sie benötigen ja in der Aufheizphase gerne auch mal 150 Watt und mehr. Die meisten anderen Powerstations versagen an dieser Stelle. Die Avery P210 hat damit überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, da sind noch Leistungsreserven vorhanden. Man könnte also im Grunde einen kompletten Van, ein komplettes Wohnmobil mit der Avery P210 mit Strom versorgen. Aber die Avery P210 hat noch einiges mehr zu bieten und genau das möchte ich mir mit euch in diesem Video einmal anschauen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Film auf dem Kanal von Gero D. Bei der Avery P210 handelt es sich um eine Powerstation, die eine Kapazität von 2048 Wattstunden, also gut 2 Kilowattstunden aufweist. Selbstverständlich kommen auch hier Lithium-Eisenphosphat-Batterien zum Einsatz, die nicht nur als besonders sicher, sondern vielmehr auch als langlebig gelten. Der Hersteller führt beispielsweise aus, dass nach 3500 Zyklen, also wenn die Powerstation 3500 Mal komplett end- und wieder neu aufgeladen wurde, die Kapazität immer noch bei ca. 85% der Nennkapazität liegen soll. Zudem gibt der Hersteller 7 Jahre Garantie. Die P210 kann bis zu 13 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Der integrierte Sinus-Wechselrichter liefert dabei für die AC-Steckdosen eine kontinuierliche Leistung von 2400 Watt. Die Spitzenleistung beträgt sogar bis zu 4800 Watt. Aufladen lässt sich die P210 am 230 Volt Stromnetz mit satten 1100 Watt. Also in zwei Stunden ist sie praktisch wieder voll aufgeladen. Die Solareingangsleistung beträgt 500 Watt. Bevor ich aber nunmehr weiter in die Details und den eigentlichen Test der Avery P210 einsteigen möchte, darf ich mich zunächst einmal bei Avery für die Zurverfügungstellung dieses Testgerätes bedanken. Ich möchte dabei lobend erwähnen, dass es für mein Review keinerlei Vorgaben gab. Das ist nicht selbstverständlich und war tatsächlich auch für mich schon in der Vergangenheit des Öfteren ein Grund, mir angebotene Geräte nicht zu testen. Werfen wir aber zunächst einmal einen Blick auf den Lieferumfang. Im Lieferumfang der P210 befindet sich noch diese kleine Stofftasche, in der wiederum befinden sich dann zwei Kabel. Zunächst einmal ein klassisches Netzkabel mit einem Kalkgerätesteckeranschluss. Mit anderen Worten, natürlich ist hier auch das Netzteil in der Powerstation mit beinhaltet. Finde ich immer ganz praktisch. Dann hat man eben nicht noch so ein Ladeziegel mitzunehmen. Und in dieser Tasche liegt auch noch ein Solaranschlusskabel bei. Das weist auf der einen Seite einen XT90 Stecker auf, auf der anderen Seite befinden sich hier die Anschlüsse ganz klassisch für den Anschluss eines Solarmoduls ausgestattet mit MC4 Stecker. Man muss diese Tasche aber gar nicht zwingend verwenden, denn was ich auch sehr schön finde, auf der Oberseite von dieser Powerstation, da befindet sich ein kleines Klappenfach. Da kann ich dann auch meine Kabel problemlos verstauen und habe die somit dann immer zur Hand. Des Weiteren haben wir natürlich auch im Lieferumfang eine Bedienungsanleitung beiliegen. Die ist mehrsprachig, unter anderem auch in Deutsch geschrieben. Und die ist ziemlich umfänglich und beschreibt alles ziemlich gut meines Erachtens. Die legen wir jetzt an die Seite. Die brauchen wir jetzt für die Sekunde erst einmal nicht. Was gibt es sonst noch? Es gibt dann noch eine Schutzhülle. Die liegt ebenfalls bei. Die lässt sich hier bei Bedarf ganz einfach über die komplette Powerstation drüberziehen. Finde ich ganz praktisch, gerade für mich als Camper, wo es dann doch mal ein bisschen rauer in Anführungsstrichen zugehen mag, finde ich das ganz schön, wenn man da nichts extra kaufen muss. Was also nicht dabei ist, ist ein klassisches Zigarettenanzünder Aufladekabel. Kein Wunder, bei einer Kapazität von 2048 Wattstunden ist das vermutlich auch zu verschmerzen. Man würde hier bei einer solchen Powerstation mit einer derartigen Kapazität auch sicherlich 20 bis 25 Stunden benötigen, um eine solche Powerstation im Auto aufzuladen. Ich habe es mir trotzdem einmal gekauft. Kostet von Avery selber 10 Euro. Ist also gar nicht teuer. Ist ganz klassisch hier eben dann auf der einen Seite ebenfalls natürlich mit einem XT90 Stecker versehen. Und auf der anderen Seite haben wir eben ganz klassisch den Zigarettenanzünder als solchen. Die P210 macht auf mich einen gut verarbeiteten Eindruck. Der Kunststoff wirkt hochwertig. Die Abmessungen betragen übrigens 40 Zentimeter der Breite, ungefähr 32 Zentimeter Höhe. Und die Tiefe liegt bei 29 Zentimeter. Das Gewicht beträgt 22 Kilogramm. Das lässt sich aber über die im Gehäuse eingearbeiteten Griffe ganz gut bewerkstelligen. Von daher sollte es da bei einem kurzen Transport auch keinerlei Probleme geben. Auf der Vorderseite befinden sich die meisten Bedienelemente und die Mehrzahl an Schnittstellen, die die P210 aufweist. Zum Beispiel kann ich über diesen großen Knopf die Powerstation einschalten, drei Sekunden gedrückt halten. Dann fängt ganz kurz der Lüfter anzulaufen, hört aber auch direkt wieder auf. Was unmittelbar ins Auge fällt, ist das hervorragend abzulesende Display. Nicht nur die Blickwinkelfestigkeit, sondern insbesondere auch die Displaygröße finde ich bemerkenswert. Mir kommt das sehr entgegen. Das mag an meinem Alter liegen, aber gerade auch in einem Wohnmobileinsatz, wo ich diese Powerstation vielleicht in einem Schrank zur Verwendung bringe, empfinde ich das als extrem angenehm. Die anderen Knöpfe als auch Bedienelemente gehen wir gleich durch. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick auf die Seiten der P210. Hier an der Seite, da haben wir unter dieser Klappe versteckt unsere drei 230 Volt Ausgänge. Gesamthaft, wie schon erwähnt, mit bis zu 2400 Watt dauerhaft belastbar. Kurzzeitige Spitzen von 4800 Watt sind möglich. Darüber befinden sich Lüftungsschlitze, genauso wie auch auf der anderen Seite. Ich nehme es aber schon mal vorweg. Diese Powerstation ist tatsächlich sehr, sehr leise. Auch hier sind aber wieder Lüftungsschlitze zu sehen. Auch hier gibt es einen Abdeckdeckel. Darunter befindet sich der Kalkgeräteanschluss zum Aufladen der Powerstation. Das Ganze mit bis zu 1100 Watt, hatte ich auch schon erwähnt. Und auch ein XT90 Solareingangstecker. Die solare Eingangsspannung darf dabei 11,5 bis 50 Volt betragen. Gesamthaft können hier 500 Watt an Solarleistung zur Verwendung gebracht werden. Über dieser Klappe, da befindet sich dann noch der Overload Protection Rückstellknopf. Wenn es hier zu Überspannung kommt, kann ich die Powerstation dann wieder zurücksetzen. Auf der Rückseite, da gibt es nicht so ganz viel zu entdecken. Da ist nur ein Aufheber aufgebracht, der alle technischen Daten nochmal kurz zusammenfasst. Auf der Gehäuseunterseite, da gibt es dann noch Gummierungen zu sehen, die natürlich dann gegen Verrutschen sichern. Und was ich auch wiederum mal bemerkenswert finde, hier sind Gewinde eingearbeitet. Ich könnte also im Grunde diese Powerstation auch verschrauben. Gerade bei einem transportablen Einsatz ist das natürlich auch ganz praktisch. Schauen wir uns nunmehr die P210 etwas mehr aus der Nähe an, werfen wir einen ersten tieferen Blick auf das Display. Wir haben hier zunächst einmal in Prozentwerten aufgelöst den aktuellen Ladezustand, 58 Prozent beträgt dieser gerade. Das Ganze wird dann hier auch nochmal etwas gröber gerastet grafisch dargestellt. Wir haben hier auch eine Darstellung der aktuellen Ausgangslast. Wenn hier also ein Verbraucher angeschlossen wäre, würde hier entsprechend die Leistung dargestellt. Genauso, wenn jetzt beispielsweise die Ladung durchgeführt würde über Solar, würde hier die solare Eingangsleistung dargestellt werden. Natürlich würden hier auch im Fehlerfall verschiedene Fehlerhinweise erscheinen. Das ist ja jetzt aktuell glücklicherweise nicht der Fall. Des Weiteren haben wir natürlich auch hier eine Darstellung der jeweiligen Sektionen, die wir hier aktiv schalten können. Ich starte mal mit dem DC-Ausgang. Wenn ich den hier einschalte, das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Da scheint hier so ein Zigarettenanzündersymbol und ein entsprechendes DC-Port-Symbol als auch ein XT60-Symbol. Das symbolisiert im Prinzip hier diesen Sektor. Denn wir haben hier unter der ersten Gummiklappe unseren klassischen 12-Volt-Zigarettenanzünderanschluss. Darunter gibt es dann mit 3 Ampere jeweils belastbar DC5521-Stecker. Auch die werden hier grafisch dargestellt und den schon erwähnten XT60-Port, der mit bis zu 25 Ampere belastet werden kann. An dem habe ich ja eingangs des Videos auch beispielsweise meine Dieselheizung schon umfällig ausprobiert. Also absolut kein Problem. Der Zigarettenanzünder selber ist bis 10 Ampere belastbar. 3 Ampere, wie gesagt, die DC5521-Stecker und eben 25 Ampere der XT60-Stecker. Dann haben wir hier in diesem Sektor, auch den werde ich jetzt mal aktiv schalten, diverse USB-C-Ports. Und das fand ich auch ganz bemerkenswert. Gerade für mich als jemand, der unterwegs unglaublich viele Geräte via USB-C laden muss, ist das wirklich ein riesiger Vorteil. Wir haben hier zunächst einmal zwei USB-A-Anschlüsse. Quick Charge fähig, 3.0 bis zu 18 Watt können die jeweils liefern. Dann drei USB-C-Ports, die jeweils bis zu 20 Watt an Leistung liefern können. Und ein USB-C-Port Power Delivery, der eben bis zu 100 Watt liefern kann. Das wollen wir jetzt auch unmittelbar mal testen. Für diesen Test werde ich auf die erste Schnittstelle jetzt meine Anker 737 Powerbank anschließen. Die kann tatsächlich sogar bis zu 140 Watt an Ladeleistung aufnehmen. Und der Vorteil ist, dass die zudem noch über ein eigenes Display verfügt, sodass ich dann hier die entsprechenden Werte auch nochmal gegen kontrollieren kann. Und zwar werden jetzt gleich hier ja maximal 100 Watt eingespeist. Und wir können das dann unmittelbar eben auch mal vergleichen. Die Ladeleistung, die steigt jetzt auch hier schon auf ungefähr 90 Watt und geht noch ein bisschen weiter. Das deckt sich auch in etwa mit den Informationen, die ich hier auf der Anker 737 Powerbank stehen habe. Ich versuche euch das mal in die Kamera zu halten. Das ist dieser grüne Wert, vielleicht könnt ihr es erkennen, ansonsten müsst ihr es mir glauben. 95 Watt stehen da im Display der Anker 737 Powerbank. 95 Watt stehen als Ausgangsleistung an der Every P210. Das funktioniert wunderbar. Aber wir haben ja weitere USB-C Steckdosen. Und ich werde jetzt mal eine zweite Anker 737 auf dem ersten Port hier beispielhaft mal anschließen. Dann sollte die Ausgangsleistung gleich auch entsprechend ansteigen auf circa 120 Watt. Wir erinnern uns, 20 Watt liefern ja die ersten drei USB-C Ports und eben 100 Watt der letzte USB-C Port. Und wir sehen jetzt auch, das funktioniert soweit. Wir haben knapp 120 Watt. 114 Watt, das springt ein bisschen. Deckt sich auch wieder hier mit den Informationen auf dem Display der zweiten Anker 737. Hier stehen jetzt gerade 17 Watt drauf, circa knapp 18 Watt waren es. Und hier haben wir jetzt 95 Watt. Insofern ist das soweit erst einmal in Ordnung. Aber das soll natürlich noch nicht reichen. Wir wollen jetzt parallel dazu auch nochmal einen der Quick Charge Ports hier belasten. Dazu habe ich ein kleines Messgerät. Da lege ich mal gleich 3 Ampere an und wir gucken mal, ob das weiter funktioniert. Genau andersrum wäre es gewesen. Das ist natürlich schlecht für mich zu bedienen. Das finde ich ein bisschen blöd jetzt gerade. Ich versuche euch das aber trotzdem mal eben hier in die Kamera zu zeigen. Ich drehe einmal die Power Station um und ich hoffe, dass ihr das hier erkennen könnt. 2,8 Ampere, das müsst ihr jetzt auf dem Kopf leider lesen, ist aktuell die Entnahme von unserem USB-A-Port. Und ich versuche einmal auf 3,5 Ampere in etwa zu erhöhen. Das entspricht ja dann im Ergebnis auch den 18 Watt, die hier maximal rauskommen. 3,47 Ampere. Ich drehe einfach mal die Power Station wieder um. Ihr seht jetzt hier 131 Watt in etwa im Display stehen. Das heißt, die Ladung der Power Banks hier läuft weiterhin plus die Leistung über diese elektronische Last. Doch damit nicht genug. Wir wollen unsere Every P210 natürlich noch ein Stück weit mehr belasten. Und ich nehme jetzt noch mal einen der DC-Ausgänge dazu, nämlich den Zigarettenanzünder-Port. 12 Volt, 10 Ampere macht 120 Watt, die hier auch möglich sein sollen zu entnehmen. Auch hier schließe ich jetzt eine elektronische Last einmal an. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Man kann sehr schön sehen, dass die 10 Ampere über den Zigarettenanzünder, also die zusätzlichen 120 Watt, die jetzt hier gerade gezogen werden, für die Every P210 überhaupt kein Problem darstellen. Die Kombination aus den DC-Ports als auch den USB-Ports beträgt leistungsseitig gerade 271, 272 Watt. Der Lüfter, den ihr hört, ist nicht von der Every P210. Das ist der Lüfter der elektronischen Last, der hier versucht entsprechend zu kühlen. Hier ist absolute Ruhe bei der Power Station. Ich glaube, man kann auch sagen, dass hier dieser 25 Ampere-Anschluss 12 Volt-seitig auch wunderbar funktioniert. Ich habe den ja schon umfändig heute an meiner Dieselheizung getestet und auch längere Zeit laufen lassen. Überhaupt kein Problem. Startvorgang ebenfalls kein Problem. Also von daher würde ich sagen, dass die USB-Ports als auch die DC-Ports hier wirklich einwandfrei funktionieren. Damit komme ich dann auch schon zum letzten Funktionselement hier auf der Vorderseite von der Every P210. Das ist die klassische Taschenlampen-Funktion. Ich brauche die ehrlich gesagt nicht so häufig, aber naja gut, ist ja auch nicht schlimm, wenn sie eben dabei ist. Ich drücke mal einmal kurz auf diesen Lichtknopf. Ihr seht jetzt hier, geht zusätzlich nochmal ein bis zwei Watt hier an Leistung durch die Power Station durch, nämlich über diese LED, die hier verbaut ist. Und man kann die auch in verschiedenen Blinkmustern schalten. So ein Stroboskopeffekt, ein SOS-Knopf, alles was man da so sich vorstellen kann. Aber ich schalte ihn jetzt einmal aus. Eingeschaltet hingegen habe ich schon seit einigen Minuten den Wechselrichter der Every P210. Mit anderen Worten, die 230-Volt-Steckdosen sind aktiv. An der ersten Steckdose habe ich über ein kurzes Verlängerungskabel diese Messsteckdose zusätzlich angeschlossen, denn die zeigt uns auch die Spannung an. Dort läuft im Moment dieser Heizlüfter mit circa 1500 Watt. Das können wir ja auch ganz gut sehen. Einerseits im Display der Power Station, als auch eben hier auf unserer Messsteckdose. In hellblau dargestellt ist die ungefähre Leistung zurzeit. Wie gesagt, die liegt bei grob 1500 Watt. Darüber in gelb, da sehen wir die aktuelle Spannung. Was ich total beeindruckend finde, obwohl die Power Station zu einigen Minuten mit dieser relativ hohen Last läuft, ist die aktuell wirklich überhaupt nicht zu hören. Ich zeige euch das mal über ein Messgerät, denn wenn ich jetzt hier spreche, in etwa 1 Meter Entfernung, dann seht ihr, wenn ich spreche, dass hier irgendwo zwischen 50 und 60 Dezibel anfallen. Und wenn ich jetzt gleich nicht mehr rede, dann steht hier Low im Display. Habt ihr vielleicht gerade gesehen, ich wiederhole es nochmal. Das bedeutet, mein Messgerät ist nicht mehr in der Lage, in einem knappen Meter Entfernung von der Power Station, wenn ich nicht spreche, überhaupt was an Geräuschen zu detektieren. Finde ich sehr beeindruckend. Was ich auch total beeindruckend finde, ist im Übrigen die Tatsache, dass trotz dieser relativ hohen Last hier auch die Oberflächentemperatur des Gehäuses über dieses Messgerät hier gemessen, tatsächlich bei maximal 31, knapp 32 Grad liegt. Das finde ich schon wirklich absolut beeindruckend. Auch ein, wie ich meine, sehr, sehr gutes Zeichen. Wir starten jetzt mal in die weiteren Tests mit der Hinzunahme weiterer Verbraucher. Wir wollen ja mal die Power Station auch so ein bisschen an die Leistungsgrenze bringen. Und dafür werde ich dann zusätzlich noch einmal diesen Föhn anschließen. Der hat auf der ersten Leistungsstufe 500 Watt. Mal schauen, ob sich da irgendwas schon an der Spannung bemerkbar macht. Ich denke eher nicht, denn wir liegen ja immer noch unter den maximal zulässigen Dauerlastwerten. Wir kommen jetzt hier gesamthaft in etwa auf 2000 Watt. Ihr seht es im Display, bitte nicht irritiert sein. Hier hängt ja nur der Heiznüfter dran. Aber die Spannung ist absolut stabil. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ändert, wenn ich auf die zweite Stufe des Föhns schalte. Die hat 1200 Watt. Dann können wir gesamthaft auf 2700 Watt. Die liegen damit schon über der maximal zulässigen Grenze. Ich schalte jetzt auf die Stufe 2. Wir achten mal auf die Spannung, ob da was passiert. Ein bisschen geht die Spannung runter. Das ist aber absolut akzeptabel. Wir haben hier daher immer noch laut Display eine Last von 2400 Watt. Effektiv sind das eigentlich knapp 2700 Watt. Die Spannung ist um 7 Volt in etwa 5 Volt runtergegangen. Insofern erfolgt hier eine Kompensation, die aber so noch nicht wirklich merkbar ist. Eine Kompensation in der Form, dass die Power Station die Spannung absenkt. Deutlicher wird das natürlich, wenn man zusätzlich noch mal einen dritten Verbraucher nutzt. Das ist meine Heizpistole. Die hat in der ersten Stufe 600 Watt. Wir schauen mal wieder, was mit der Spannung passiert, wenn ich dann gesamthaft 3,3 kW, also 3300 Watt Anliegen habe. Ich schalte die jetzt dazu. Ja, und man sieht jetzt schon relativ deutlich, dass die Spannung um ca. 20 Volt abgefallen ist. Hier erfolgt also weiterhin eine Kompensation. Die Power Station versucht, diese 2400 Watt aufrechtzuhalten durch eine Spannungsabsenkung. Wir haben jetzt schon 3,3 kW. Ich wundere mich schon, dass die nicht abschaltet. Aber wir können das weiter mal beobachten, was passiert, wenn ich in die Stufe 2 der Heizpistole noch mal schalte. Dann haben wir hier tatsächlich zusätzlich noch mal 800 Watt. Du hast hier Gesamthaft auf 4100 Watt kommen. Ich habe jetzt umgeschaltet. Ich wundere mich gerade, dass diese Power Station immer noch läuft. Die Spannung ist auch deutlich noch mal runtergegangen auf gut 170 Watt, die ich hier sehen kann. Sie läuft aber immer noch. Ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wie ich das hier provozieren soll, dass die Power Station abschaltet. Bei ohmschen Lasten, ich schalte mal alles wieder aus, dann könnt ihr mich auch ein bisschen besser verstehen, ist eine solche Vorgehensweise der Spannungsabsenkung sicherlich unkritisch. Ohmschen Lasten sind die elektrischen Verbraucher, die, ich sage jetzt mal vereinfacht dargestellt, der primär Wärme erzeugen, wie eben ein solcher Föhn oder eine solche Heizung hier. Insofern, die nimmt da keinen Schaden. Da wird nur die Leistung gemindert. Bei anderen Lasten, die da deutlich empfindlicher sind, wie Motoren zum Beispiel, da könnte es dann tatsächlich bei einer zu geringen Spannung zu Problemen kommen, Schaltnetzteile und so weiter, die können da sehr sensibel reagieren. Da muss sich jeder sein eigenes Bild machen, ob das so eine gute Idee ist, dass die Power Station so weit in die Spannungsabsenkung geht. Teils ist das natürlich in Ordnung, wie gesagt, bei solchen Verbrauchern insofern auch irgendwo ganz gut, dass sie nicht direkt abschaltet, aber bei empfindlichen Verbrauchern, wenn man die an so einer Power Station denn überhaupt zur Verwendung bringt, könnte das eben gefährlich sein. Die Power Station, die lädt jetzt auch schon wieder seit einigen Minuten mit den 1100 Watt. Diese Ladung mit 1100 Watt, die läuft so in etwa bis 80 Prozent. Dann wird hier die Ladeleistung abgesenkt, um dann das restliche Aufladen der Batterie schon zu gestalten. Was jetzt auch schon wieder bemerkbar ist, auch im Ladevorgang, ist diese Power Station extrem leise. Ich höre wieder einmal auf zu reden. Und ihr seht, ich bin jetzt hier bei 31 Dezibel knapp in einem knappen Meter Entfernung. Das ist wirklich ein ganz toller Wert. Auch im Hinblick auf die Wärmeentwicklung gibt es hier absolut positives Nutzenberichten. Ich werde jetzt noch mal kurz durchmessen. Es bleibt bei den schon genannten 32 Grad, egal wo ich messe, im Maximum. Hier an der Oberfläche haben wir gerade 37 Grad. Das ist völlig unkritisch. So können wir dann auch jetzt die Gelegenheit nutzen, einmal zu testen, ob es neben der Ladung auch möglich ist, über den AC-Ausgang parallel Energie zu entnehmen. Mal schauen, wie sich die Power Station hier verhält. Ich habe dazu noch einmal meine Heizpistole hier zur Hilfe genommen. Die hat in Stufe 2 in etwa 1300 Watt Ausgangsleistung. Wir achten mal hier auf das Display, was passiert. Die Eingangsleistung erhöht sich um den Output, also insofern Pass-Thru laden ist hier naturgemäß überhaupt kein Problem. 1300 Watt gehen raus, 2400 Watt gehen rein. Wenn ich jetzt die Heizpistole ausschalte, dann wird die Inputleistung sich auch gleich wieder auf die 1100 Watt reduzieren. Mit anderen Worten, diese zusätzliche Leistung umgeht praktisch die Batterie und wird direkt hier meinem Verbraucher zugeführt. Im nächsten Test möchte ich gerne herausbekommen, was passiert, wenn die Avery P210 mit dem AC-Hausstromnetz verbunden ist, also die Ladung mit 1100 Watt Leistung auch durchgeführt wird und zusätzlich über den Solareingang Energie zugeführt wird. Ich simuliere das jetzt hier über dieses Netzteil und wir schauen mal, ob sich die Ladeleistung hier erhöht oder aber der Solarstrom praktisch eine Priorität erfährt und die AC-Hausstromladung dann heruntergefahren wird. Ich kann mit diesem Netzteil hier bis zu 300 Watt erzeugen. Ich gehe hier einmal dazu auf 30 Volt. 10 Ampere liefert unser Netzteil. Das wären also im besten Fall demzufolge knapp 300 Watt. Und wir sehen jetzt hier tatsächlich im Display, dass sich die Ladeleistung von 1100 Watt entsprechend erhöht und wir sehen jetzt hier die 250 Watt in etwa knapp, die hier entsprechend zudem zugeführt werden. Also im Grunde addieren sich die Ladeströme aus dem Solarstrom und dem AC-Stromnetz. In meinem nächsten Versuch möchte ich einmal ausprobieren, ob sich die P210 von alleine einschaltet, wenn beispielsweise morgens Solarstrom anliegt. Ich simuliere das hier wieder erneut über mein Netzteil. Ich werde jetzt hier entsprechend eine kleine Spannung wieder vorgeben. Mal gucken, was passiert, ob hier sich eben entsprechend der MPPT-Tracker dann auch ein wenig muckt. Das scheint schon der Fall zu sein. Gucken wir mal, was da weiter passiert. Ich habe jetzt hier 17 Volt eingestellt und wir sehen tatsächlich, die EveryP210 hat sich eingeschaltet und nimmt jetzt auch hier schon Fahrt auf. Die Ladung wird aktuell mit roundabout 50 Watt durchgeführt. Das funktioniert einwandfrei. Man muss allerdings auch festhalten, dass gerade im Grenzbereich, da wo der interne MPPT-Tracker von der EveryP210 anfängt zu arbeiten, ist dann doch auch morgens zu einem deutlichen Klackern des Relais kommt. Insofern empfiehlt auch Every tatsächlich, die P210 vom Solarmodul morgens beispielhaft zu trennen, um eben diese Grenzbereichsaktivitäten und dieses dann wirklich nervige Relais-Klackern eben auch zu unterbinden. Prinzipiell schaltet sie sich aber eben bei Anliegen eines Solarstroms von alleine ein. Seit einem Ladezustand von circa 80 Prozent hat jetzt die P210 im Rahmen der Wiederaufladung die Ladeleistung deutlich reduziert. Die beträgt jetzt noch ungefähr 50 Prozent von den 1100 Watt. Und was total auffällig ist, ist die Tatsache, wie leise diese Powerstation ist. Wenn ich jetzt aufhöre zu reden in etwa einem halben Meter Entfernung, dann seht ihr hier vielleicht noch 39, 38 Dezibel. Das sind wirklich faszinierende Werte. Also das kann man praktisch schon fast nicht mehr hören. Auch beeindruckend finde ich die Tatsache, dass die Temperaturentwicklung wieder in einem sehr, sehr geringen Bereich liegt. Hier an der Vorderseite beispielsweise haben wir jetzt gerade 30 Grad zu verzeichnen. Hier oben auf der Every P210, da ermittle ich jetzt 35 Grad. Also wirklich einwandfrei die Funktion. Ein echter Leisetreter. Die Every P210 habe ich nunmehr wieder auf 100 Prozent vollgeladen. Den Wechselrichterausgang habe ich bereits eingeschaltet. Angeschlossen habe ich erneut meinen 1500 Watt Heizlüfter. Damit werde ich jetzt einen Entladekapazität-Test im Wechselrichterbetrieb mit der P210 durchführen. Jetzt werde ich meinen Heizlüfter mal einschalten. Und dann werden wir gleich, also in ungefähr anderthalb Stunden, denke ich, uns wiedersehen. Für euch dauert es nur noch ein paar Sekunden. Dann sage ich, was ich hier entnehmen konnte. 1924 Watt konnte ich aus der Powerstation entnehmen. Das ist ein Hammerwert meines Erachtens. Ich schalte die jetzt einfach auch mal aus. Dann hört auch hier der Lüfter auf zu laufen. Der hat naturgemäß jetzt bei diesen hohen Lasten und der entsprechende Laufzeit von anderthalb Stunden dann doch ein wenig die Drehzahl erhöht. Mit 1924 Wattstunden, das entspricht einem Effizienzgrad von 1924 geteilt durch 2048. 0,93, das ist meines Erachtens der beste Wert, den ich tatsächlich jemals bei einer Powerstation erzielen konnte. Finde ich wirklich eine starke Leistung. Es ist übrigens auch möglich, die EveryP210 Powerstation als USV zu nutzen. Bei einem Stromausfall im öffentlichen Stromnetz kann sie als Backup-Akku, somit beispielsweise PCs oder Serveranlagen, unmittelbar weiter mit Strom versorgen. Die USV-Umschaltzeit liegt dabei laut Hersteller bei nur 10 Millisekunden, was wirklich sehr schnell ist. Ich selbst kann das leider nicht testen. Ich vertraue daher an dieser Stelle dem Hersteller. Zumal letzten Endes diese Funktion in meinem potenziellen Einsatzszenario auch nicht so wichtig ist. So komme ich dann nun auch zu meinem ganz persönlichen Fazit. Die EveryP210 ist eine sehr gute Powerstation, die so ziemlich alles richtig macht. Sie verfügt über eine sehr große Kapazität von 2048 Wattstunden. Die Effizienz des verbauten 230 Volt Wechselrichters liegt bei meinen Versuchen im Spitzenfeld. Sie verfügt über ein sehr gut ablesbares, sehr, sehr großes Display. Im Betrieb ist die P210 extrem leise. Die Aufladung erfolgt im AC-Stromnetz super schnell. Sie verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, angefangen bei den drei mächtigen 2400 Watt Steckdosen, über die diversen USB- und USB-C-Ports bis hin zu dem 25 Ampere XT60 DC Ausgang. Einen echten Wermutstropfen konnte ich bei der EveryP210 nicht ausfindig machen. Gerade jetzt in der Black Friday Zeit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis meines Erachtens nahezu unschlagbar. Bei Amazon kostet sie zurzeit sehr faire 849 Euro. Den Artikel verlinke ich natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ja, so bin ich denn nun auch am Ende dieses Videos. Ich darf mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Macht es gut, bleibt gesund, euer Gero D.